Ja, kommt mal mit, Hunde. Auf geht's. Ah, hallo hier, Facebookler. Jetzt gehen wir mal ein Stückchen hier, dass ihr mal seht, wie knüppelhart der Schnee hier ist. Hunde, jetzt lauft er auch mal, dass man euch mal wackeln sieht hier. Komm, Schähen, hopp, auf geht's. Ja, du rennst wenigstens noch. Ayana läuft wie frohe Eier. So, seht ihr mal live? So, einmal rundum. Ja, komm, geh bis hier, Ayana. Auf geht's. Wirklich zweiter spielen auch dort oben. Schweinekalt ist es. Ja, und ich denke, die nächsten Tage kommt da wieder Schnee. So wie das da droben aussieht. Kann ich das näher holen? Mal schauen. Mal, langsam, Lucy. Nö, kann ich nicht näher zoomen. So, da die Ayana da einbricht. Mein Mädel ist auch momentan läufig. Oh, da sind sie eh zickig, die Weiber. Ja, ja. Jawohl, Schähen, renn mal ein Stück. Seht ihr, meine zwei sind ohne Leine. Das kann ich absolut verantworten. Die hören auch aufs Wort. Seitdem der Christ kommt, dann hören sie nicht mehr. Da rennen sie nämlich entgegen. Ja, haben wir gestern gehabt, das Problem. Hunde hören nicht mehr. Warte mal, ich geh ein bisschen mit. Müssen aufpassen. Hier, guck, Gummistiefel von Nicole. Äh, von Nicole sag ich. Von Yvonne. Gold wert. Jo, mach mal, Pisi. Ich komme langsam, Hunde. Hör dir den Schnee? Das ist alles verharscht. So, ist fein. Jetzt machen wir auch wieder aus, sonst kriegen wir das wieder nicht auf YouTube geladen hier. So, habt ihr mal einen Rundumblick gehabt. Und ich lebe noch. Hö, that hat jemand, der Rundumblick. Das wird aber kaputt gesagt, mach mal ein bisschen Lara. Doch, lass, werden endlich mal ein Rundumblickal geben. Das ist ein schlechtes Trauma, unsere Brüder beginnt gut, dich wired bloß kurz pollen Reports yat, nach außen. Untertitelung des ZDF, 2020